Yo, meine Gamer und Freunde, was tut mir wieder am Start für euch und willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Picture! Ja, für alle, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, denn dank AID-Zock, der mich ja ein bisschen gepusht hat, habe ich 5 bis 1000 Abonnenten neu dazu bekommen und ich habe ein Format, das nennt sich Big Picture und ist im Grunde nichts anderes wie das von ProSieben selber auch. Denn heute geht es um die 5 besten Bilder, die ihr geschossen habt. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann erkläre ich nochmal, wie das Ganze funktioniert und was das nächste Motto sein wird, denn ich mache immer zu 5, zu 10, 15 und 20. Folge ein, ja, sage ich mal, ein Event daraus. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit meinen 5 Bildern und postet unten in die Kommentare, welches Bild denn ihr am Geißen findet. Unser erstes Big Picture zeigt den Joker, ja, welcher der Erzfeind von Batman ist. Auffällig seine grünen Haare, ja, so wie das aufgemalte Grinsen auf dem weißen Gesicht. Flex arbeitet in seinem Bild mit Lichtschatten und einer richtig coolen Geste. Was, wie ich finde, das Big Picture mehr so gruselig wirken lässt. Auf jeden Fall ziemlich geil. Man muss erst genauer hinschauen, um zu erkennen, wo das Bild eigentlich geschossen wurde. Ja, denn es ist vom Inneren einer Yacht. Was ich hier aber richtig cool finde, man sieht durch das Panoramadach einen Helikopter anfliegen, welchen man mit dem Abwehrsystem sehr leicht ausschalten könnte. Es gibt in Grand Theft Auto 5 50 Monster-Stunts zu bewältigen. Ja, unser nächstes Big Picture ist zwar keiner davon, aber dennoch hat er diesen Augenblick im richtigen Moment festgehalten, wenn das Auto, ja, so über eine Rampe fährt und kurz vor dem Abheben ist. Es scheint, als würde der Morgen gerade erst beginnen. Der Frost hängt noch in den Wiesen. Ein leichter Morgennebel weht über die ganze Landschaft, welche von den Sonnenstrahlen geweckt wurden. Okay, der Text hat sich gerade schon sehr schmul angehört, aber geiles Bild auf jeden Fall. Kommen wir zu unserem letzten Big Picture für heute und das ist von Ghost Place. Ja, er zeigt uns eine tiefstehende Sonne, die durch die Wolkenkratzer scheint. Den Ort sollten die meisten kennen, denn da ist der Ausgang vom teuersten Apartment in GTA 5. Jo, Freunde, das waren meine 5 Big Picture. Jetzt schreibst du unten in die Kommentare erstmal, welches Bild dir am besten gefallen hat. Also Bild und dann die Zahl dazu. Und wenn du mitmachen möchtest, dann musst du ein Bild in GTA Online machen und dann auf eurer solcher Club-Seite schicken. Der Link, der so aussehen muss, also so wie unten eingeblendet, und hinten muss nur eure ID von eurem Foto stehen. Ich brauche keine anderen Links oder über Facebook schicken oder sonst wie. Nein, sondern unter dieses Video jetzt hier posten. Chris, du hast vergessen, das Motto vorzugeben. Ja, dann mache ich halt einfach. Also Freunde, ihr müsst ein verrücktes Selfie schießen. Unser Motto für die nächste Show wird ein Selfie sein. Also du musst zu sehen sein. Ja, schickt also so viele Bilder ein, wie ihr wollt. Aber es muss ein Selfie sein. Und wir haben sogar noch einen Gewinner unserer letzten Folge. Und das war Nummer 5, Freunde. Ja, Bild Nummer 5. Das Halloween-Bild hat euch am besten gefallen und hat die meisten Stimmen bekommen. Mal schauen, wer jetzt die meisten Stimmen bekommt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Big Picture. Und nicht vergessen, Freunde, der Daumen oben wird man nicht loben. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Tschö mit dem Wahlstudio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.